Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Doktor Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mir eine Feuerkammer aus! Was für ein Krankenhaus ist das? Was für ein Krankenhaus ist das? Ich hasse Krankenhäuser. Da grusel ich mich immer. Me more sein. Der hat ja rote Knochen. So. Nur gucken, wo war der Aufzug. Hier unten. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Alles! Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Das ist kein Drain. Was ist los? Nur Schnell, Bro. Hol die Rote runter! Hol die Rote runter! Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Oh nein! Hier! Ich habe schon einen dunklen Verdacht. Ich habe schon einen dunklen Drain. Was ist los? Ich habe schon einen dunklen Drain. Oh! was sicher benachrichtig wenn er damit ist. sag dir Perks. Umfuhl hast du nur noch ab. Lass mich mal zu sagen. Lass mich mal zu sagen. Lass mich mal zu retten. Lass mich nicht so gestalten. Was probier ich denn hier? Kann sein dass ich richtig bin. Sieht so aus. Scheiße. Scheiße. Ich weiß auch wer das glaube ich ist. Jetzt wird's lustig. Es tut mir leichter. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer die sie gewählt haben ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen sie eine Nachricht nach dem P. Barbara. Bist du da? Bitte legen sie auf. Scheiße. Du solltest nicht hier sein. 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 Hey, wo bist du? Du solltest nicht hier sein. 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 Ich bin ein Mann. Mutter. Uh oh. Joker. Nein, Scarecrow. Scarecrow, what the fuck. What. The. Fuck. What the fuck. What the fuck. The. 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 Ich werde deinen Verstauen auseinanderziehen. Ich meine bis er einmal rum ist. Oh! was machst du kleine freder maus bleib ruhig, das tut nicht weh scheiße komm verarsch mich nicht und am Ende der Furcht das vergessen kleine Leute versuchen kann doch nichts wahr sein hier wahrscheinlich nur ein bisschen in den Jail laufen müssen fuck it bitte lass mich das nicht von neuem bitte sei fair hab da gespeichert wo ich gebombt hab und dann ist alles cool dann sag ich auch nix mehr sag ich auch nix mehr es geht ja gar nicht also ich hab die Werte schon verloren aber ja schaffen wir schon ja klar von vorne ja ja Das war's für heute. Willkommen in meiner Welt, Batman! Willkommen in meiner Welt! Willkommen in meiner Welt! Tschüss! So. Ihr schafft! Ja, mir geht's gut. Ich habe eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Ich sehe irgendwas, was ich sehen muss. Nein. Ich folge einfach meinen Pfeilen. Es war nicht, Gordon. Crain's Gars muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Flielemaus? Hast du Probleme? Da rauszufinden, was real, was bei dir im Gespitz, der das kleine, verfallene Hirnz ist. Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, jetzt. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Ich mach dich, Scarecrow. Ich mach dich, Scarecrow. So. Komm. Fähig. Fertig mit dir. Tagträumer. War nicht nett, Scarecrow. Aber egal. Ein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Zieh nur! Herr Ali hat stückte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner denn auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon, dass sie den Gefahr, der auf dem Weg ist. Sackgesicht. Hier ist Sacki. Wenn du es schaffst, zu Arli zu belangen, ohne dass es jemand merkt. So, mir hier ist eine Heimatkarte. Jawohl. Stimmt, der alte Chaos. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar, Arli. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Schau mal schon. Ohne entdeckt zu werden. Okay. Wow. Vier Gegner sind das denn. Arcomer Analytica. Vier, ja. Ja, das dürfte ich schaffen. Und durch da bleiben, wo die sein. Noch zwei. Hör zu, Jungs. Der Kommission erwartet gerade zu darauf, dass einer von euch einfachen Wedermaus-Freak sieht. Wenn es so weit kommt, erledigt Harri den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst zieht. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst zieht. So, weg mit dir. Soll ich nur noch irgendwie nach oben kommen. Oh, die war ja einfach die Treppe. Ja, ja.